Mr. Bitcoin, mein Patron. Ich bin in einer Familie, ich kann Ihnen noch nicht genau sagen, welche. Ich werde Sie von innen infiltrieren und Ihnen alle, alle Indizien? Was sind denn Indizien, Merda? Alle Indizien und Beweise für die Zerstörung der Familie geben, die Sie brauchen. Der Patron ist ein Vollidiot. Die Leute hier sind auch ein bisschen dumm und hingeblieben. Sei Lügner. Kleinen Moment, ich bin noch nicht fertig. Ja, okay, zieh. Ich darf ihn nicht mal Patron nennen. Er ist ein OG, ein Gangster. Mehr kann ich leider nicht sagen, Mr. Bitcoin. Ich sage Ihnen Bescheid. Ich liebe Sie. Liebe Grüße, L.L. Ich kann dir die SMS schicken. Natürlich, ich kann dir einfach die SMS schicken mit Bild. Nein, nein, nein. Soll ich dir ein Bild schicken von der SMS? Ja. Gut, kleinen Moment. Wie heißt er noch mal? Wie heißt er noch mal?